Jetzt, ich hab richtig Bock drauf, Irrfan gegen Fasan. Das ist so, ich liebe es, dass wir jetzt mittlerweile wieder so viele Falkotitos haben in Deutschland. Immer, wenn's Late in Bracket ist, haben wir ein Falkotito und es ist halt immer irgendwie so Irrfan, Fasan, Kinso. Und die sind einfach immer geil, weil die auch alle drei sehr, sehr nice, flashy Combo-Games haben. Ich glaub, zwischen den beiden ist auch immer so ein Cointoss, der jetzt mal gewinnt. Weil, ich glaub, Irrfan hat ihn sehr lange geballert. Da hat, glaub ich, der Fasan ihn dann die letzten Male besiegt. Und jetzt, glaub ich, letztes Mal hat er Irrfan wieder gewonnen bei NDM. Ich glaube auch wirklich, dass, hier geht's natürlich auch so ein bisschen um dieses, also wahrscheinlich nicht für die Spieler, aber wenn man's so statistisch betrachtet, wer ist denn jetzt so der Second-Best-Falko in Deutschland? Ja, ja. Und, wie gesagt, ob das die Spieler juckt, sei mal dahingestellt. Aber die Frage steht im Raum, weil der Fasan halt wirklich krass on the come-up ist. Ist er nicht aktuell sogar höher gerankt? Ja, er ist Fünfter. Also, auf dem Papier ist er ja grad der zweitbeste Falko in Deutschland. Aber, jetzt hatten wir letztes die krasse Performance von Irrfan. Ja. Der heute, bisher, glaub ich, alles relativ clean runtergespielt hat. Und ja, ähm, ein Moment. Okay, wir gehen rein, Irrfan gegen Fasan. Und, äh, es ist... Oh, okay, er hat ihn gesaved. Erster schneller Stock für Irrfan gegen den Fasan. Ähm, aber der Fasan kann sich direkt zu antworten. Ja, sie versuchen sich ein bisschen zu giften. Okay. Reset, anstatt aber die Kongo weiterzumachen. Du kriegst aber nochmal ein Reset. Sehr, sehr guter Start für Irrfan bisher. Fair, sehr schön. Laser. Uh. Guter Angle, aber Irrfan covers trotzdem. Sehr schnelle Erste, zwei Stocks. So, da bin ich wieder. Du hast schon zwei Stocks verpasst. Die waren geil? Ja, die waren gut gespielt von Irrfan. Also, der eine war ein bisschen halber SD, so, von Fasan. Uh. Sehr, sehr gut. Okay, Irrfan ballert die gerade. Wow, 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 wow. Was passiert hier? Ist ja schon vor Stock. Okay, er hat nochmal ein... Okay, er hat grad ein bisschen... Okay, er kriegt nochmal den Reset. No way. Selbst wenn der Kommo stoppt, kriegt er den Reset direkt. Oh mein Gott, was? Was ein Legsack. Hat er ihn runtergeslidet? Hat er ihn runtergepusht gerade? Ja, oder? Ich weiß nicht, ob er ihn runtergepusht hat, aber... Oh mein Gott! Quattro! Oh mein Gott, Alter! Was ein... Was ein... Was ein Start! Der Liegestütze! Eieieieieiei! Okay, was machst du jetzt? Chill, 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 chill. Okay, kann ja mal passieren. Das stimmt, ja. Ich hab vorhin gegen Sven gespielt. War alles chillig. Dann hat er mich einmal fast gefroßt und bin so, okay, alles klar. Es kann passieren. It just happens, weißt du? Millie ist so ein Spiel einfach. Ja, Millie ist so ein Spiel, wo du einfach vielleicht mal erst einen Stock... Stock... Erst einen Stock gegimpt dir ist und danach bist du so, okay, dann verdiene ich noch einen. Dann geht die Konzentration flöten und es passiert. Manchmal ist auch einfach... Jeder kennt das in einem Game auf einmal das Punish-Game von einem selber so gut. Ja. Wo man sich denkt, okay, wenn ich jetzt jedes Stock so spielen würde, wäre ich der beste Spieler auf der Welt, aber... Das ist... Das ist Teil von Melee, dass das halt nicht in jedem Stock so ist. Wir können halt nicht alle Super Saiyajin sein. Eben. Rip Toriyama an der Stelle, by the way, der absolute Goat. Mein Goat, ja. Ich hab heute extra mit Toriyama Tag gespielt jedes Mal. Echt? Das my guy halt hier, ey. Finde ich toll. Ich wollte auch noch was fragen. Der Fasan. Schon so ein Spieler, der so ein bisschen in der Szene explodiert ist, oder? Ja. Weil ich... Der für mich persönlich jetzt ein bisschen so aus dem Nichts gekommen ist, aber dann big. Ja, so halb. Ich meine, als er angefangen hat, ist er relativ schnell schon sehr gut geworden. Ja. Das liegt vielleicht auch an seinen Genen. Oder an seiner Practice mit Karon. Ja, stimmt. Sein Bruder. Sein Bruder, ja. Karon, wenn du hier gerade zuschaust, schaut das an dich. Und er war halt schon früh einer, wo man gesagt hat, jo, der ist schon gut so. Und dann auch in der Online-Zeit, da ist er halt immer sehr viel besser geworden, einfach weil er da sehr viel gespielt hat. Ja. Und dann, als es dann wieder so in Offline überging, dann war quasi so seine Breakout-Performance dann bei den Offline-Turnieren. Da war er dann sehr, sehr gut. Und, ja. Das hat sich bisher nicht geändert. Also, ich meine, er ist hier immer noch in Winners Quarters. Ja. Und er ballert gerade Irfan ein bisschen zurück. Aber... Wobei es sieht jetzt wieder okay aus. Es ist noch eben. Irfan natürlich auch, er glänzt natürlich mit seinen Erfahrungen. Und ich finde, Irfan hat so ein krass defensives, so ein gutes defensives Game, wo er genau weiß, du kommst in mich rein, ich mach einfach so einen Uptilt oder so einen Crouch-Cancel-Schein und dann geht's los. Ja. Ich finde, er findet... Oh, die Laser. Er hat... Ja, seine Laser ist saustark. Also, ich finde die vom Fasan aber auch sehr gut. Ja. Aber ich finde Irfans Laser-Game irgendwie in den letzten Monaten nochmal viel besser geworden. Ja. Oh, definitiv, definitiv. Oh. Ich weiß nicht, er kann mit seinen Lasern halt jedes, so das Neutral komplett verlangsamen oder verschnellern, wie er gerade Bock hat. Ich finde auch einfach, er unterbricht die Recoveries vom Gegner sehr, sehr gut damit. Also, jedes Mal, wenn er gegen Spacey spielt, kannst du dir sicher sein, dass mindestens ein Laser Offstage trifft. Und das behindert den anderen Spacey enorm bei seiner Recovery. Oh, sehr schön. Das sollte es gewesen sein. Hätte ein Shine jetzt gekillt bei 160? Nee, das glaub ich nicht. Warte, 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 warte. Okay. Naja, auch nicht. Das geht auch nicht. Ja. Das war's aber. Zu weit weg. Ähm. Na Stock. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt wird's noch mal hype. Das ist halt theoretisch eine Irrfan-Kombo, die er braucht nur. Okay, er kriegt einen Shine. Oh, er kriegt einen Laser. Das ist nur die Laser, die ich meine. Also wirklich, ey. Wie hat er die reingesneakt? Oh nein. Oh nein. Aber wie hat er diese Laser auf einmal reingesneakt? Wie findet er das? Wie findet er das? Einmal offstage und du wirst von Lasern getroffen und dann hat sich Irrfan schon gepackt. Ja. Er ist so okay. Er ist wirklich, er ist wie so ein Grappler. So ein Zangief, aber mit den Lasern. Ja. Er kommt immer näher, kommt immer näher, plötzlich ist er da. Ist einfach ein Grappler, aber mit einem Projektil. Ja. Also heftig. Und ja, nice Comeback. Es sah ja für einen kurzen Moment schon aus, als hätte der Fasan den schon gut adapted. Ja. Aber es geht weiter. So, Leute, was habt ihr im Chat? Press 1 für Irrfan, Press 2 für der Fasan, ignorieren für wir lieben Melee. Jeder gewinnt. Jeder gewinnt, ja. Ja. Jetzt kommen wir jetzt ein bisschen gebrawlt. Spielen in dem Moment ein bisschen ähnlich. Ja. Versuchen jetzt ein bisschen einfach so Center Stage zu halten. Er wollte die Side-Pee covern. War aber ein bisschen zu früh. Oh. Sehr schön. Was für ein Pressure. Ich finde, in der Situation ist es immer so schwer, so diesen Up-B to the ledge zu covern, weil man immer denkt, ich weiß nicht, man denkt irgendwie so, ja, ich cover das jetzt mit meinem Down-Tilt. Und Down-Tilt funktioniert aus irgendeinem Grund nie. Keine Ahnung. Oh. Oh, sehr schöne Back-Ass hier. Wir lieben ein nice Back-Ass in diesem Haus. Ja, das ist halt dieses Defensive-Game, was du meinst. Er kommt halt nicht rein, der Fasan. Ja. Und jetzt, wenn er reinkommen will, zack, geh wieder raus. Geh wieder raus. Geh wieder raus. Okay, das könnte Laser sein, ja. Jetzt kommen die Laser, jetzt kommen die Laser. Jetzt ist er wieder below the stage. Ah, gerade so den F-Tilt gemisst. Ja. Funktioniert nicht, aber... Okay, Back-Air. That's it. Oh, Down-Air, okay. Funktioniert auch. Er spielt es runter. Ja. Er spielt es einfach runter. Press 3 für, ich will es Quiltendorf sehen. Ja. Ja, der kommt auch gleich. Der kommt gleich. Wir freuen uns auch. Wenn der Hinden-Boss schlechthin da ist, dann ist es immer ein Event. Das stimmt, ja. Hat ja auch wirklich, man muss es leider sagen, Alex ordentlich die Debaten gewesen. War es on-stream? Ja, es war on-stream und ich habe zumindest das letzte Game gesehen, das war nicht schön. Okay. Also, Quiltendorf ist on-point heute. Ich habe mitbekommen, dass Riggs letztens gegen Quiltendorf eine Net-Base-Session hatte. Und Riggs hat auch gesagt, ja, also der gute Kahn ist schon gut. So, ein Fox-Titto. So ist es. Ich weiß gerade noch nicht gegen wen er gleich spielen muss. Gegen Kinso. Ja, aber gegen Falco? Ich weiß nicht so. Also ein Fox-Titto ist einfach... Oh, okay. Also das ist der Hidden Tech-Skill. Wir wissen das nun nicht, was in die Köpfen der Falcos vor sich geht. Was sie dazu bewegt, Offstage zu springen. Und das könnte jetzt so ein bisschen Momentum-Shift sein. Power Shield. Und wir hören hier gerade Third als Top-Eight. Boah, krass. Obwohl er in Losers-Round 1 gedroppt das, glaube ich. Ja, oder Losers-Round 2. Heftiger Run. Heftiger Run. Da kommen sie wieder. Ah, schon wieder nicht gecovert. Auch wieder F-Tilt, Down-Tilt. For some reason geht das nicht. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Jetzt covert auch nicht der Down-Smash. Ich pack's nicht. Ja, er kriegt ihn gerade nicht gekillt. Obwohl er halt immer wieder die richtige Idee hatte. Ja. Oh, okay. Oh, mit der DI sich umgedreht sofort die Back-Air bekommen. Krass. Okay, jetzt muss er wieder diesen einen Schein finden quasi. Er macht die erstmal wieder ein bisschen langsam. Jetzt kommen die Laser. Tastet sich ran. Der Grappler. Der Grappler kommt. Oh, er hat fast den Schein bekommen. Das muss er aber hier aufpassen. Bei dem Prozent. Oh, okay. Mit der Psy-P. Er kriegt aber das überhaupt nicht. Er kriegt den Schein. Okay. Oh, sehr schön. Also, sehr frühe F-Tilt. Oh. Er kriegt den Reed on stage. No way. Er hat gerade geflasht. Er hat keinen Jump. Da. Da. Okay, es war ein bisschen zu spät. Ja. Aber es war ein bisschen risky. Fiss, fiss, fiss. Ja, man. Fiss. 3-0 Irrfahren. Ich hab's nicht gedacht. Selbst, also das erste Game war natürlich ein Statement, aber kann passieren. Ja. Aber in den anderen beiden Games hat man immer wieder gesehen, dass Irrfahren das neutral versteht. Ja. Er hat wirklich das Falco-Ditto gerade einfach besser gespielt. Er hat immer das Pacing bestimmt. Fiss, fiss, fiss. Ja. Ein sehr toller Run bisher für Irrfahren, der weitergeht. Ich warte immer darauf, dass Leute rausfliegen, damit ich denen sagen kann, wie toll es war. Ja. Deswegen bin ich heute hier. Aber, ja, nee, Irrfahren einfach wirklich von Anfang bis Ende ein cleanes Falco-Ditto gespielt. Ich glaub, das war auch so ein bisschen natürlich so ein Erfahrungsding. So, ich kann's halt einfach und weiß nicht. Haben denn die beiden davor schon einmal gespielt? Also Irrfahren und... Fasan? Ja. Sehr oft. Tatsächlich? Ja. Und ich glaub, Irrfahren hat auch immer gewonnen, bis auf so ein, zwei Mal. Und dann hat er jetzt aber letztens mal wieder gewonnen, glaub ich. Ja. Also, ich glaub, er hat schon, so insgesamt hat er glaub ich schon so die Nummer vom Fasan. Ja. Also, vom neutral her sah das gerade einfach sehr better-playered aus, wie man so schön sagt. Ähm, aber der Fasan ist der Fasan. Ich denke, in Losers geht's weiter. Vielleicht hat er jetzt auch gerade nicht so den Flow gespürt. Ja. Er sah ein bisschen frustriert aus gegen Ende hin, was auch verständlich ist. Aber es ist auch schwierig gegen Irrfahren mit seinen Lasern den Flow irgendwie zu spüren, weil der Gameflow wird ständig unterbrochen, dein eigener Flow wird unterbrochen. Ja. Ähm, ja. Es ist sehr, sehr hart. Er ist ein Grappler. Er ist ein Grappler. Er ist ein Grappler. Es ist einfach so. Er ist ein Grappler mit der Pistole. Du kannst nix machen. Er ist Lankiv mit den Hadouken. Wie du ihn immer in den Mods siehst, in diesen First Mods Videos auf YouTube, YouTube Shorts oder so.